aber ich bin auf jeden fall viel ruhiger dieses mal was macht los ich sag so wie es ist ich hab geschossen und was macht lucio denn da vorne ich hab nicht mal offensive eingestellt nichts noten sohn alter so ein scheiß so ein drecksgeräte lucio im sturm l1 gedrückt und dann ist er mit nach vorne das kann sein nein habe ich habe ich habe nicht 100 prozent nicht 100 prozent nicht ja das ist der perfekt perfekt ja das knallt wieder natürlich außen das mal steht keine ahnung ja perfekt rucksack heiko alex dageschön dann wird er wieder verschwindet ich mein holy shit was war das denn sorry ich muss dass ich hier nebenbei schon wieder aluminium von 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 mein gott der torwart entgegen den posten wer blockt denn da jetzt schon gar nicht mehr hingeguckt weil ich dachte ich bin schon durch oh linke seite was Was? Noch eins? Oh mein Gott! Oder... aus. Rulich. Wer denn im Arsch steckt, gibt's schon... Ja. Ach, Immobilien. Das ist ein Bug. Boah! Mit... was für einer Abseitswelle spielt der? Hä? 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 Das hab ich ja noch nie gesehen, Krippen! LK2 mal. OTW? Portugal! Sanchez! Oh mein Gott! Der ist ein Brecher! Das Problem ist, ich kann ihn nicht verkaufen! Ich kann ihn nicht verkaufen! Oh mein Gott! Was? Was? Das sind zwei im einen! Hallo? Wieso verstelle ich mein Torwart, wenn er es nicht macht?! Oh mein Gott! Ging! Kennen! Digga, Kennen ist so gut! Die 57er Klebe packe ich aus. Oben links, oben links. Ich kann den nur oben links Eli. Vertrau mir doch bitte. Oh, was? Freunde, Mike mit nem voller Rucksack, Wellbeck mit nem voller Film. Vielen, vielen Dank, Kuss. Was redest du? Was redest du? Wahrscheinlich... Digga. Es ist nicht aushaltbar. Es geht nicht. 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 Oh mein Gott. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Jetzt zeige ich euch, wie man eine Taktik macht, wie man direkt zum Anfang ein Tor steht. Ihr wartet, ihr wartet, ihr wartet. R1x, langer Ball. Ronaldo läuft durch. Grünes Time-Finish. Schade. Habt ihr's gesehen? So. Ecken-Tutorial. Direkte Ecken-Tore. Hier seht das. Bei NWG zuerst. Könnt ihr nen Clip machen. Werden wir auf FIFA Deutschland sehen. Und dann ist das geil. Die sind einfach träge. Die sind am weinen. Die liegen da. Muriel wurde eingewechselt vom Gegner. Guck mal. Guck mal. Guck dir das an, Digga. Was soll ich denn da machen, Mann? 5-3, Bruder. Ey, Bruder. Ich weine jetzt kurz. Wartet mal kurz. Ist es Tomori? Halt's Maul. Es ist Tomori! Let's go! Mach doch jetzt so, Nottensohn. Du triffst dich eh nicht von da. Mach's mir auf Dings, Alter. Niklas! Niklas! Völkruuuuun! Digga, man muss einfach nur schießen. Ich schwöre, dieses Jahr ist einfach nur schießen. Raufbolzen. Oh mein Gott. Oh, besser Leben, Digga. Monte einfach genauso gutes Passspiel wie ein echt. Hm. Also in den letzten Jahren finde ich das FIFA, wo es am besten geht. Kleins Billigspieler. Elfmeter! Das ist Elfmeter! Ja. Und wieder so'n... ... Ehhhhh! Walk on! ... ... und der eiter war Was ist das geil, dass SkyGoat zwar läuft, aber ich einfach durchgehend Standbild habe, Alter. Oh mein Gott, Bernardo! Ja! Digga, ich kann Freistöße einfach schießen, was zum Fick, Digga! Nächstes Spiel. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist denn das? Hast du R9? Ich hasse dich nicht aus! Digga, was passiert hier? Ich habe so ein Game noch nie gehabt. Also nur ganz kurz, du bist jetzt gerade noch nicht ausgerastet, oder was? Wenn ich richtig ausraste, dann geht es hier anders los, Digga. Eine Frage, habt ihr auf die Füße gepisst von euren Kollegen bei der Dusche? Nein! Auf jeden Fall! Nein! Oder wir waren im Schwimmbad, ich, Holger, Testo, Thorsten und René, waren zu viert an Pissoirs im Schwimmbad, Digga. Und keiner hat ins Pissoir gepisst, sondern jeder hat den anderen angepisst, Digga. Das war, wer willst du den Lachfisch geschoben, Digga? Das ist so assi! Wir haben uns gegenseitig so voll gepisst, Digga, das war so, wir haben so ein Lachfisch, das war super lustig, Digga. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.